Hallo, ihr Quirlinge! Meret ist zurück in Sierso und nach dem Ende der letzten Episode habe ich schon ein bisschen in der Butze gekocht, habe schon ein paar Sachen aus der Truhe aussortiert, die da noch drin rumgeschimmelt waren und die ich definitiv nicht mehr brauche. Das heißt, wir haben jetzt ein vollgeschnürtes Renzlein, wir haben Garbärenstullen, es könnte ja kalt werden, wir haben ein bisschen anderen Kram, Wasser haben wir, wir haben Silber, wir haben auch diese Stromspulen und mit denen geht es jetzt erstmal ganz, ganz hurtig zum Ingenieur an Wasseraufbereiter, weil der hatte ja da ein Problem, dass man mit Stromspulen lösen kann, heißt das. Achso, und übrigens, habe ich den Tipp bekommen, dass ich um 15.50 Uhr und es ist 15.15 Uhr mit irgendeiner Fischstatue interagieren soll, das machen wir doch gleich mal. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr da in den Kommentaren geredet habt. Aber wie es der Zufall so will, ist jetzt ja genau die richtige Zeit. Das hier ist für mich die Fischstatue. Ja. 25. Tja. Ich überspringe mal gerade im Video die paar Ingame-Minuten, die jetzt noch verstreichen müssen. So, es ist 15.45 Uhr. Gleich ist es folglich 15.50 Uhr. Tja. Tja. Nix. Tut mir leid, hier ist nix. Ihr, ihr verarscht mich doch. Da war nichts. Es wurde gesagt, um 15.50 Uhr kann man mit dem Ding interagieren. Wir haben gesehen, ich habe den Video beweis, das ist nicht der Fall. Deswegen gehe ich jetzt kurz entschlossen weiter zum Kollegen da hinten, Ingenieur seines Zeichens. Wer mir erklären mag, was das mit dieser Fischstatue auf sich hat und was ich falsch gemacht habe, der mag es gerne in die Kommentare schreiben. Aber erstmal kümmern wir uns um neues Wasser. Um prütsches Wasser. Nee, ich will mit dem Typen reden. Muss doch gehen. Hier. Hier. Etios von Vanos, Ingenieur. Keinen Schritt weiter mehr, Rett. Irgendwann so eine miese Ratte hat unseren Wasseraufbereiter sabotiert. Wenn du drei Käse hochbitte, ich bin der Champion von Elad, du arrr. Wenn du trinken willst, solltest du die stinkende Brühe vorher abkochen. Ach, das werde ich wohl nicht merken, dass sie stinkt, oder wie? Dieser kleine Saboteur hat die Energiespulen des Aufbereiters zerschlagen. Das waren ein paar echt hochkarätige Zauberteile. Die kann ich jetzt vergessen. Hör zu, du Hosenmatz. Wenn du zwei Stromspulen auf deiner großen Abenteuerreise finden solltest, kannst du sie vielleicht herbringen? Damit kann ich meine Maschine reparieren, damit sie wieder ordentlich pumpen kann. Ey, hör mal zu, du Hilfsschrauber hier. Ich habe ein paar Stromspulen gefunden, Etheos. Kannst du damit die Maschine reparieren, du überforderter Ingenieur? Meret, wir sind dir zu Dank verpflichtet. Hosenmatz, das überhöre ich. Ich werde die alte Bess, so heißt offenbar die Maschine, im Handumdrehen wieder repariert haben. Und ich bastel dir eine Belohnung auf den alten Spulen. Aus den alten Spulen zusammen. Mann, sind da recht schwer drin. Reinige das Wasser abgeschlossen und eine Spulenlaterne. Was ist denn das? Angetrieben von einer fortschrittlichen Energiespule spendet diese Laterne für extrem lange Zeit Licht. Wenn das Licht ausgeht, kann die Spule durch eine neue ersetzt werden. Haltbarkeit 500. Und die Laterne des Erkunders hat tatsächlich nur Haltbarkeit 200. Und die hält ja auch schon echt lange. Wow, krass. Aber dann muss ich ja immer so ein paar Spulen dabei haben. Hat er nicht zwei gewollt? Hatte ich sechs dabei? Na, ist egal. Das ist schön. Warte mal, wir machen mal. Also, das wird ja dann richtig hell. Verkaufen wir mal die Laterne des Erkunders. Ne? Schön. Und was war noch? Kassenbuch für das Jahr. So müsste ich noch haben, die Queste. Das ist ja schön. Weil ich dann bei dem Kassenbuchhändler auch gleich die Laterne des Erkunders verkaufen kann. Ja. Und dann geht's nass wie ein Pudel irgendwo hin. Die Halbinsel hat noch genügend Dungeons zu durchstöbern. Ich müsste mit dir reden. Was? Kannst du mir etwas über das Handwerk und der Verwaltung meines Inventars beibringen? Ne, das ist doch, glaube ich, so Tutorial, oder? So, Kassenbuch zuerst für drei winzige Aquamarine. Schön, 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 schön. Danke. Und ich könnte das Kassenbuch jetzt wieder machen, aber ich mache das nicht normal. Das ist irgendwie Quatsch. Ich habe 2.900 Silber in Monsun rumliegen. Und noch ganz viel Zeug in der Kiste in Monsun, von dem ich weiß, dass ich es, upsala, nicht brauchen werde. Und die Dinger kannst du auch gleich haben. Es war nett gemeint, aber... Danke. So. Soweit die Questen. Es ist schon Abend. Das soll mich aber nicht schrecken. Ich habe ja alles, was ich brauche. Und damit... Gehen wir mal raus vor die Tür und ich überlege schon, wo ich Merit jetzt hinschicke. Ich glaube, ich habe eine Idee. Aber geh erst mal raus. Merit, ich schicke dich. Wir sind jetzt da oben. Ich schicke dich da unten hin, in diese uralten Ruinen. Da war ja angeblich nur so ein Skelett drin. Ich bin ja noch schon mal reingelaufen. Das war irgendwie so was Piratöses. Das war genauer gesagt da. Und das ist nicht so groß. Irgendwer von euch hat mir erzählt, dass das nicht groß sei. Dass es da nur einen einzelnen Gegner drin gäbe. Habe ich so im Hinterkopf. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das würde ich mir gerne anschauen. Und das sollte eigentlich funktionieren. Und dann hätten wir noch ein paar andere Sachen zu tun. Also gibt es jetzt für euch erst mal einen Schweinsgalopp quer über die Halbinsel am Konfluxgebirge vorbei. Da unten hin zu den Uralten Ruinen. Und Tempo. Musik 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 Und da sind wir. Vier Banditen haben Merits Lauf hierher nicht überlebt. Pech gehabt. Es gibt einen weiteren Gewürztee, damit die verbrannte Ausdauer wieder hochheilt. Es gibt einmal Turmip, um das Mana wieder regenerieren zu lassen. Und dann müsste ich nochmal den Feuer sägen. Also neu sprechen. Wenn da drin ein Geist ist, wäre natürlich eine Geist-Fairness gar nicht schlecht. Einerseits. Andererseits. Das ging ja bisher mit Feuer auch ganz gut, sodass ich glaube, dass das auch so gehen müsste. Ich habe auch kein Geist-Fairness dabei, davon abgesehen. Also, hoffen wir mal das Beste. Du nimmst einen Schluck Wasser. Dann nochmal den Feuer sägen. Disziplin. Dann sollte es eigentlich reichen für ein normales Piratöses Skelett. Oder sowas ähnliches. Piratenversteck heißt das hier. Aber Piraten hat es da drin nicht. Oder die waren da mal drin. Das ist aber lange her. Achtung, Pfeil. Gerade mal machen wir mal anders. Ich sehe zu wenig. Da hinten ist was grünleuchtend. Das ist es bestimmt. Aber ich traue den Brüdern hier nicht. Doch, vielleicht traue ich ihn ja doch. Du bist jetzt quasi schon komplett tot. Dich hätte ich auch früher geschafft. Gebeine des verrückten Käpt'ns. Habe ich. Zerschlagen. Ach so. Es wurde gesagt, man könnte bei einer Leiche mal... ...den Funken ausprobieren. Ne, warte mal. Wo ist das? Funk ist hier. Der macht theoretisch was. Aber nicht so richtig. Muss ich noch näher stehen? Nö, also... Der Nutzen von Funken erschließt sich mir nicht. Habe ich irgendeinen Nutzen von Funken? Oder ist das wirklich noch was für einen Magier? Der ich ja nicht bin und auch nicht mehr werde. Egal, wir pinnen hier mal. Der hat Stiefel, Lebenstrang, Nägel, Okkult, Überreste, Silber und einen großen Smaragd. Was ist das hier für ein Anschlag? Lesen. Oh, Schatzsuche. Neue Queste. Hinweis. Ich habe die ganze Welt umsegelt. Aber nun ist meine Zeit gekommen. Der Schatz, den ich hinterlasse, ist klein, aber unermesslich kostbar. Wenn du dich als würdig erachtest, mein Vermächtnis anzutreten, beginne deine Reise in der Kabine meines alten Schiffes, das im Sand vergraben liegt. Warte mal. Schatzsuche. Finde eine Schiffskajüte vergraben im Sand. Das kann ja nur Levant sein, da wo dieses Schiffswrack liegt. Das habe ich mir noch nicht näher angeschaut. Es ist gut, dass ich dann jetzt die Queste schon vorher erstmal habe. Sonst müsste ich da ja nochmal hinrendern, extra. Du hast ein paar Sachen dabei. Naja. Eigentlich nur Müll. Achso, bei dir. Ach nee, Moment. Ich wollte was anderes. Funke ist totaler Blödsinn. Warte mal. Das ist was völlig anderes. Äh, zauber mal irgendwas. Das Mana weg ist. Nicht Funke soll ich bei einer Leiche zaubern, sondern das andere. Äh, was, was, was genau machst du da? Ähm, Merit, danke. Ich weiß nicht, was das gerade war. Äh, hier, bei dem Typen. Zauber. Seele offenbaren. War's das? Ja, und dann hier irgendwie. Ah, so war das, genau. Seele offenbaren und dann Funke. Denn dann habt ihr gemerkt, was passiert ist. Und links der Mana-Kreis, der ist wieder voll. So kann ich, wenn ich irgendwo eine Leiche habe, und die Frage ist, ob das hier mit solchen Skeletten auch geht, das kann man aber mal bei Gelegenheit testen, so kann ich mein Mana regenerieren in einem Rutsch. Dafür war der Funke gut. Jetzt habe ich den Tipp verstanden. Ein Tipp vom Pete Green war das noch, glaube ich. Schundhaufen. Ein paar Sachen, na gut. Der hier da liegt. Und wie der da oben da hängt. Ein Amboss, eine Kiste. Also hier, nix. Dann war das wohl nur hier die Piratenhöhle, um die Kräste anzutriggern. Hinter dieser Holzwand ist Wasser, richtig. Und ins Wasser kann ich ja nicht rein im Spiel. Genau. Ja, dann sind wir hier fertig. So leicht geht das. Warte mal, du musst aber was essen. Iss mal ein Bergmannsomelett. Gibt das einen Heil-Buff? Müsste eigentlich, ja, gibt es. Oder sogar einen Aussauer-Buff, das ist schön. Und... Brauche ich noch irgendwas? Ein neues Ziel. Genau. Das suchen wir uns jetzt. Raus. Also Piraten-Versteck hier unten kann aus meiner Liste gestrichen werden. Das, was da noch draufsteht, wäre hier dann das Konfluxgebirge. Den Zugang der Blauen Kammer kenne ich ja schon, aber die beiden anderen könnte ich mal noch machen. Allerdings ist das jetzt nicht so auf der Prioritätenliste ganz weit oben. Viel interessanter fände ich den Voltaischen Brutplatz. Ob ich den schaffe, weiß ich aber nicht. Das muss man mal ausprobieren. Der wäre ja hier hinten. Genau da wäre der, richtig. Ist gar nicht so weit. Dann werde ich mal den Weg dahin suchen und hoffen, dass ich ja nicht mit den Banditen irgendwie so sehr ins Gehege komme. Aber wird schon irgendwie gut gehen. Tempo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Und dann zur Not auch mal das da. Dann gehen wir da mal rein. Da waren verschiedene Monster drin, glaube ich. Irgendwie Troglodyten waren da, erinnere ich mich. Und weiter hinten waren so ganz komische Sachen, die ich aus der Ferne gesehen habe damals. Und die sollen jetzt das Ziel sein. Aber erstmal die Troglodyten, falls da wirklich welche waren. Hier liegen Tote Troglodyten. Ich glaube, diese Dinger da hinten, die haben was mit Elektro zu tun. Mit Blitzschaden, da bin ich mit meinem, mit meiner Axt, die Feuerschaden macht jetzt gar nicht so verkehrt. Wobei, die sehen auch ein bisschen feurig aus. Hm, es sind auch zwei. Was macht man da? Da ich überhaupt nicht weiß, was das für Viecher sind, stelle ich hier Sicherheitshalber mal ein paar Fallen auf. So, da haben wir so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9 Fallen. Alle mit Nägeln, Eisennägeln bestückt. Und, tja, es gilt es ihm zu überlegen, was das wohl für Viecher sind. Es heißt Voltaischer Brutplatz. Ich gehe deswegen davon aus, dass die Elektro-Schaden machen. Das wiederum heißt, ich sollte tunlichst mir das hier draufhauen, den Zuspruch. Weil ich dann Blitzhiederstand bekomme. Außerdem sollte ich mir das draufhauen, weil ich dann mehr Schaden mache mit dem Feuer. Mit einem Feuerbeil. Und gegen Blitz wäre eigentlich Gift am besten. Das heißt, ich sollte mir auf die Waffe noch Gift draufschmieren. Das kann ich ja auch machen. Dann nehme ich sicherheitshalber sogar eine Gift-Firmis. Dann natürlich erstmal irgendeine Heilung am Ticken haben. Dann selbstverständlich irgendwas, was Mana hochheilt. So, dann haben wir hier Ausdauer. Das tickt noch lang genug. Jawohl, dann machen wir das mal. Also, nimm das runter. Also, den Helm. Bisschen Mana sparen. Du gibst dir den da für den Schaden. Den für die Resistenz. Und was macht der hier? Probier's mal, was macht denn der? Der macht auch nur irgendwie Blitzsägen, glaube ich. Dann gib dir noch das da. Dann pack dir den Helm wieder oben drauf. Gib dir noch so ein Gift-Firmis. Schluck Wasser. Und dann lassen wir hier hinten das Ding liegen. Gehen da hin und hauen die um. Was soll der Plan? Mal gucken, ob der Plan den Kontakt mit dem Feind überlebt. Ähm, Meret, mach mal was. Ja, ist kein Problem. Die Pfeile hätte ich mal sparen können, aber das weiß man ja vorher nicht. Und die machen tatsächlich Elektroschaden. Nomen war mal wieder Omen. Jetzt habe ich da irgend so ein Blitzzeug drauf. Warte mal. Zum Scheinlauf oder Blitzschaden. Und ja, warte. Das kriege ich irgendwie mit dem Fluchreiniger weg, wenn ich da genug habe. Nehm den mal. Es sind noch mehr von der Sorte hier. Weil ich bin jetzt noch gut gebufft. Plündern kann ich auch später noch in Ruhe. Erstmal alle umhauen. Oh, da ist ein Über-Modz. Das waren Tuano-Saurier in Blitzgestalt. Betonung auf VAR. Ich bündere, wie gesagt, alles später. Erstmal umhauen, was umzuhauen geht. Ich glaube, hier komme ich jetzt fast wieder zu dieser Stufe am Eingang zurück, oder? Die ich ja gesehen hatte. Oh, ist das groß hier. Das ist sehr groß. Das ist deutlich größer als gedacht. Du gehst auch noch, Freundchen. Zack und weg. So, jetzt muss ich aber langsam mal anfangen, meine Buffs zu erneuern. Wie heißen die? Goldener Günstling. Okay, hier kann ich irgendwas anschalten. Dann... Passiert hier sonst was? Oh, je, ne. Das ist alles ein bisschen größer als ich dachte. Hier komme ich runter in diese Höhle mit diesem Wrack. Hier krabbeln auch irgendwas. Das ist aber bestimmt kein Goldener Günstling, sondern irgendeine Krabbe oder sowas. Jo, genau. Das ist ja auch kein Ding. Tschüss. Da liegt Blausand herum. Oh, ich habe mich so völlig verlaufen. Ich dachte, das ist nicht so groß. Das ist riesengroß. Ja, ich muss hier systematisch vorgehen dann gleich. Hier geht es wieder nach oben. Offenkundig. Und irgendwo hin, wo es wieder runter geht. Toll. Flusswasser. Oh, Mann. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Warte mal. Das könnte der Weg sein, den ich vorhin gegangen bin. Ja. Hier oben liegen die goldenen Günstlinge dann. Und jetzt diese komische Kugel. Nee, das ist was anderes. Okay. Ich muss ohne Buffs gehen. Du garstiges Schadentier. Oh, Vorsicht. Ja. Keine Ahnung, ob das jetzt dein Ende war. Nimm das an dich. Ich brauche Heilung. Die habe ich noch. Ausdauer ist ein Problem. Ich müsste auch einen Tee kochen. Naja, ich habe keine Buffs mehr. Ich kann hier irgendwas anschalten. Ach. Gegenüber war da noch so ein komischer Krabberich. Und der hier unten lebt vielleicht auch noch. Ist aber nicht hier, sondern vielleicht hier hinten. Nee, der ist tot. Der hier unten liegt, das ist der, den ich runtergeschubst habe. Der hat bestimmt noch den Brennendebuff von der Axt. Der ist dann weggebrannt. Hier hinten liegen die anderen beiden. Hier kam ich her. Also mit dem Wrack und diesen Schaltern und diesen blauen Blitzkugeln, das will noch irgendwas bedeuten. Vielleicht finde ich ja auch in dieser einen Höhle noch irgendwelche Aufzeichnungen, die das ein bisschen erhellen, was ich hier machen soll. Oder was es hier zu finden geben könnte. Und hier springe ich runter. Das ist bestimmt die Stufe, die ich kenne. Richtig, wenn ich hier runterhüpfe. Dann bin ich im Eingangsbereich der Höhle. Ganz genau. Okay. Dann kann ich mal hieraus anfangen, mich irgendwie zu orientieren. Da sind meine Fallen. Ich laufe mal gerade raus, hole mir beim nächsten besten Baum ein bisschen Holz und baue hier drin mal ein Basislager auf. So. Da ist der Ausgang. Und hier ist mein kleines Lager. Erstmal gibt es auf jeden Fall ein paar bittere Gewürztees. Komm mal her. Was brauchst du jetzt? Und dann mache ich hier mal, wie in der Höhe der Steintitanen, das hat sich irgendwie angeboten, so einen Riesenhaufen mit Krempel, den ich vielleicht irgendwie in Teilen oder Gans dann mitschleppe. Das wäre Beute, das wäre Beute. So. Das ist Beute. Hier ist auch noch ein bisschen Beute dabei überall. Aber das lasse ich erstmal alles im Inventar drin. Was haben wir hier noch? Wir haben hier einen toten Abenteurer oder einen Plünderer. Azur-Garneele, das ist schön. Laterne haben wir hier. Und mehr ist hier oben nicht. Ich glaube, ich muss echt ein paar Sachen hier wegwerfen. Zehn Verbände abwerfen, bitte. Und hier bitte auch irgendwie einen, also mindestens elf von dem Kram. Kann ich irgendwie was Schönes brauen mit dem, was ich gerade bei mir habe? Feuerstein. Erstmal will ich alles nicht haben. Hier gibt es Sternpilz. Und dann gucken wir uns erstmal die Höhle ganz intensiv an. Diese blauen Sachen kann man nicht abbauen. Die Fallen habe ich schon wieder eingesteckt. Pilzer. Nehme ich mit. Oh, jetzt sind die Viecher schon weg. Nee, sind sie nicht. Okay. Ich wollte gerade sagen, die bleiben doch ewig liegen. Sonst wäre ich dann nicht das Risiko eingegangen, sie erst jetzt zu plündern. Die goldenen Künstlinge. Äh, Wetter trotzdem dran. Gut, Mann, erstein. Das ist schön. Die Waffe kann man nicht nehmen. Du hast genau das gleiche dabei. Aha. Und jetzt gehe ich immer rechts rum. Oder? Ist das sinnvoll? Nee, immer links rum. Weil sonst biege ich jetzt ja direkt ab. Und ich will erstmal diesen Raum angucken. Also immer links rum. Ähm, Schrank, Bildschirme, Alchemie-Ausrüstung. Da oben ist auch noch was. Gold-Gespenst. Krieger-Elixier und Palladium-Bruchstück. Was machen diese Dinger auf? Na, wer weiß. Oh je. Uh. Oh, da ist noch so ein Vieh-Moment. Ganz in Ruhe. Hat mich noch nicht gesehen. Erstmal was zur Heilung. Oh, das hat mich sehr wohl schon gesehen. Lauf, Merit, lauf. Oh nein. Dieses Dürmerding. Ich bin doch noch gar nicht gebackt. So. Schnelldurchgang. Lappen. Flugwasser. So, das sollte reichen. Ich habe es überdies abgeschüttelt. Ah, der ist es schon. Jetzt bin ich auch mal dran. Au. Merit, steh auf. Kommt ja gar nicht zu Wort. So. Freundchen. So nicht. Ich habe auch ein paar Asse im Ärmel. Nur weil du so viele Starken hast. Oder mehr als ich. Heißt das nicht, dass du hier gewinnst. Nimm den Rucksack, Merit. War das was anderes? Sie sind auch in Gold geschwänzt. Blitz, Fernis und Gold-Lichtmechanismus. Kiste mit goldenen Zahnrädern werden verwendet, um eine Vielzahl von Waffen herzustellen. Aha. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Waffen herstellen klingt aber interessant. Ich wollte hier oben gucken. Warte mal. Der hier hatte irgendwie eine andere Waffe, oder? Der hatte so ein beruhend verziertes Kanonenrohr und der da hatte so ganz viele Starken. Waren aber beides Goldgespenster. Ach so, ich kann wieder den Trick machen. Hier, den alten Idealer Trick. Mach mal... den. Es geht bei dem nicht. Ach so. Das ist auch interessant. Oder geht das nicht, weil der schon zu lange tot ist? Der ist noch nicht so lange tot. Seele offenbaren. Nee, der hat nichts. Okay, dann kann ich hier erstmal kein Mana saugen. Ich brauche offenbar so Humanoide. Bin ich hier alleine, ja? Das wäre mir ein Fest. Das ist eine dicke Truhe. Ich wähne mich hier in Ruhe. Ach du meine Güte. Ja, brutale Großschildkolben, Blausand, Druckplatten, Heiltrank, Alchemieausrüstung und natürlich die Überladung. Und hier ist noch irgendwas drin, was ich rausholen kann und muss, oder? Wo geht es denn hier hin? Ach, den Weg wäre ich auch gekommen, wenn ich da hinten rumgehe, glaube ich. Was bist du für ein Ding? Ein dampfendes Gehirn. Pilze? Ach, die haben hier Pilzbäder angelegt. Ah, guck. So, das ist der Teil hier oben. Das ist ja leicht zu merken, hier, diese Stelle. Hier unten ist jetzt nix mehr, nix Neues. Da würde ich da lang gehen, aber vorher muss ich mich schon wieder ein bisschen entleeren. Mit der Überladung will ich jetzt nicht weitermachen. Da kommt noch so viel hinten an dem Wrack. Das muss hier vorne erstmal abgeladen werden. Ach, hier habe ich jetzt gesehen auf dem Partner. Guck mal. So weit geht das, echt? Ähm, funken? Ach, das heilt man da nicht komplett hoch, sondern nur um einen bestimmten Betrag, je Seele. Ist aber okay. Das kann ich hier vorn tendenziell ja nochmal machen, weil ich hier ganz viele Skelette habe. Oder Abenteurer auch dabei. Also nochmal checken. Erstmal offenbaren. Das müsste funktionieren. Hingehen. Keine Ahnung, wie nah ich da sein muss. Und funken. Und... Manna voll, auch ohne Turbel eintopfen. So. Hier, abladen. Weg, weg, weg. Was haben wir da noch? Diesen Kasten behalte ich mal. Ach, ja. Falle. Dörf auch mal 13 Schrott ab. Ach, Alchemie-Ausrüstung. Ja. Gut, weiter. Das ist für einen Low-Level-Char... Level gibt's hier ja nicht. Aber für einen neuen Charakter mit schlechter Ausrüstung und nicht so vielen Skills ist das hier schwierig, wie so unmöglich. Da müsste man mit ganz vielen Fallen kämpfen. Da geht's vielleicht, weil viele Monster sind's ja nicht. Am Anfang die zwei Gold und Künstliche, die sind vielleicht ein echtes Problem. So, jetzt bin ich hier, dass ich... Genau, hier bin ich wieder an der Stelle, wo ich gerade war. Okay. Sackgasse mit Skelett. Sonst nichts. Abbauen kann man hier auch nichts. Pilze. Da... Ah... Riechen verloren. Das war ein Hakendreger, da kam ich her. Hier will ich lang. Jetzt komme ich runter zu dieser Höhle mit dem Wrack und diesen Krabben und diesen Schaltern, die bestimmt irgendwas mit diesem zentralen blauen Kraftfeld zu tun haben. Kann ja gar nicht anders sein. So. Rauf, runter. Was machst du, wenn ich dich jetzt hier interagieren? Dann gehst du aus. Heißt das, jetzt komme ich nochmal kurz zurück, dass jetzt von dem dicken, großen Kraftfeld auch ein blauer Böppel weg ist? Das wäre jetzt sehr erwartungswert. Das waren vorher drei, oder? Genau, der dritte ist der da. Der ist jetzt aus. Okay. Ich muss also drei Schalter umlegen, dann habe ich hier den Kraftzustrom irgendwie blockiert, ausgeschaltet und dann passiert da bestimmt irgendwas. Dann kommt eine monstrose, monströse Monstrosität raus und ich bin nicht gebufft. Stehe da und lasse mich umhauen. So ungefähr ist mein Plan. So, hier habe ich das Ding umgelegt. Jawohl. Was ist das hier für ein Pilz? Das ist gar nicht, das ist nur Deko. Hier kann ich runter gucken auf Blausand, eine Grotte und irgendwie ein halbes Wrack. Aber auch nicht auf mehr. Hier, dich habe ich noch nicht ausgeplündert. Oder euch vielmehr. Tränke und Mannerstein. Das ist auch so ein Ding, das ist also nichts einzigartiges. Aha. So, rauf oder runter? Gehen wir erstmal rauf, weil ich weiß, dass es runter noch ziemlich weit geht. Wenn ich hier raufgehe, komme ich irgendwann zu dieser Stufe, jetzt sogar schon. Und da ist mein Lager. Das wäre hier die Abkürzung. Okay. Dann kann ich nur runterlaufen. Hach, Merit, das wird sich lohnen hier, das merke ich schon. Da kannst du noch lange in Monsun von erzählen, hier von diesem Ausflug. Und die Episode ist zwar tendenziell schon wieder super, hyper, mega lang, aber ich will das jetzt alles in einer Episode drin haben. Es macht keinen Sinn, das jetzt wieder irgendwie zu zerreißen alles. Also, jetzt bin ich hier unten. Von da oben habe ich irgendwo geguckt. Von wo oben weiß ich nicht mehr wird. Doch, ich habe geguckt in eine Richtung, wo das Wrack war. Also, von da oben. Jetzt habe ich hier die beiden Krabbis. Hier ist ein Plünderer mit schönen Sachen. Die Krabbis haben halt ihren Krabbenkram dabei. So, da geht's hoch. Ich habe jetzt hier drei Wege. Das ist viel. Erstmal ganz rechts. Pilze. Und die nächste Gabelung. hier war noch eine Truhe, richtig. Eine Trophodyten-Truhe mit Sachen. Dann hier der nächste Weg. Eisenerz. Ich halte mich immer rechts jetzt irgendwie. Dann geht's runter. Ist das jetzt eine neue Grotte oder ist das irgendwie hintenrum die gleiche? Ich weiß nicht, wo ich bin. Hier geht's rauf und wieder runter. jetzt bin ich da oben. Achtung, meine Güte. Gut, hier war ich auch schon. Da habe ich ja die Krabbe runter geschubst. Das Ding ist deaktiviert. Hier wird gekloppt. Da drüben bin ich noch nicht gewesen. Da ist auch das letzte Teil. Also wenn ich die nächste Krabbe finde irgendwann, dann bin ich auch in der Nähe des letzten Schalters. Du trinkst mal einen Tee hiervon, einen Tee davon. Fleischtopf essen, den letzten. Ich glaube, ich kann welchen kochen. Ja, das ist kein Problem. Und ja, Punkt. Ende. Achso, Krabbeerenstulle, damit ich ein bisschen Ausdauerbarf habe. So, also immer weiter rechts rum. Sackgasse? Nee, doch nicht. Eisen? Geht's hier rum? Da geht's rum. Nix mit Sackgasse. Ah, jetzt bin ich hier wieder. Blausand? Das heißt, um zur letzten Krabbe und zum letzten Schalter oder, nee, das will ich nicht haben. Hier. Zur letzten Krabbe und zum letzten Schalter zu kommen, muss ich irgendwie hier, wo ich immer rechts rumgelaufen bin, irgendwann mal links abbiegen. Warte mal, ich bin noch, wo bin ich jetzt erst reingelaufen? Hier, genau, dann gehe ich jetzt mal hier rein. Blausand nehme ich mit. Ich brauche zwar keinen, aber wer weiß. Zwei sogar. Mehret, was passiert eigentlich, wenn deine Stromspulenlaterne unter Wasser gerät oder nass wird? dann spratzelt es dich zu Tode oder wie? Irgendwo ist hier diese Krabbe. Ich gehe davon aus, dass ich die gleich finde. Deswegen mache ich mal den da und den da und den da. aber es kann auch sein, dass das noch länger dauert. Ah ne, hier guck. Tschüss, das ist die Krabbe, die ich gesehen hatte. die letzte hier im Revier. Zack, aufheben. Plündern. Hier könnte ich theoretisch und auch praktisch Mana regenerieren. Also, das geht so. Und so. Danke. Hier schalte ich aus. Da rieselt Sand drunter. Truhe. Im Müll. Steinschlosspistole. Aha. Und überladen. Mehr ist hier nicht. Ja, da drüben war ich und dann war ich eigentlich hier unten überall. Tja, ich denke mal, ich gehe jetzt zurück zum Basislager beziehungsweise daher, wo die komische blaue Energiekuppel war. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass hier noch irgendwo eine Sackgasse ist, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich nehme aber an, dass es sein könnte. Das ist eine komische Aussage, oder? Ich glaube, was und wenn, nehmen wir was anderes an. Ich glaube, dass ich alles habe, schließe aber nicht aus, dass hier noch was ist. Wah! Was ich heute wieder an Erbsen zähle hier. Okay, wir müssen da lang. Ne, womit mal, wo müssen wir lang? Ich muss doch einfach nur. Es gab doch irgendwo so eine Abkürzung, richtig? Ne, das war, ach, was weiß ich, wo das war. Ne, ich muss ja eh zu dieser Kuppel, richtig. Die Abkürzung führt zum Lager, aber ich glaube, das ist jetzt ein Umweg. so, es könnte sein, dass irgendwas jetzt befreit worden ist. Achtung! Ich habe zwar unter der Kuppel nichts gesehen, aber das will ja nichts heißen. hier vorne rechts und dann links, sagt mein Gehirn. Und es hat er recht. Da ist eine Maschine, aber nichts, was mich beißen will. Richtig? Richtig. Was bist du? Iiii, was bist du gewesen? Was ist ein Buch gelesen? Lexikon des Lichtwärters. Ei, 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 ei. Was ist das? Sagenumwobenes Buch für den wirkungsvolleren Einsatz von Runenzaubern. Okay, das brauche ich nicht. Da ich schon alle Durchbruchpunkte ausgegeben habe. Und aus Meret kein Runenzauberer mehr wird. Wenn man das nicht gerade für eine Quest oder für ein ganz besonderes Crafting-Item braucht, kann ich das theoretisch verkaufen. So, ich habe ein gutes Gewissen, was das Innere dieses Voltaischen Brutplatzes angeht. Das habe ich wohl alles mir unter den Nagel gerissen oder den gierigen solchen. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich hier ein bisschen tja, sortiere. Ich nehme erst mal alles auf, was natürlich tödlich ist für meine Bewegungsrate. Ich kann mich nicht mal drehen, nicht mal auf der Stelle. Da liegt doch was. Wah! Was nehme ich denn nicht mit? Also, das hier, das ist einiges wert. Die Maske ist quasi nichts wert. Die Steinschlosspistole. Hm. Hm. Tja, werde ich die, also ich werde die nicht benutzen. Ist die viel wert? Ich weiß es nicht. Die ist was wert, aber nicht viel. Da habe ich ja so ein paar Sachen, Eier und so Kram. Rezept. Insektenhöhlen. Die lasse ich liegen. Und wenn ich die brauche, kann ich die farmen. Krabbeln ja genug Krabben rum. Raubtierknorren brauche ich auch nicht. Kann ich auch genug farmen, wenn ich sie brauche. So, diese Falle brauche ich auch nicht im Moment. Die ganzen Nahrungsmittel brauche ich vielleicht. Pilzriegel. Kannst du eigentlich knicken. Garnele ist nicht schlecht. Die Sachen hier kannst du eigentlich knicken. 134,5. Oh je. Wie verwiegt so ein Ding? 0,5. Da kannst du zwei nach darüber schieben. So. Ich kann nicht bewegen. Ich habe aber das hier noch. Übel. Ja, das geht so nicht. Ich muss noch mehr abwerfen. Brutaler Speer. 7. Ich beschließe jetzt, dass du nichts wert bist. Zack, weg. Die sind glaube ich irgendwie, wobei das Eisenkleber ist dann irgendwie weniger wert als ein brutaler Speer. Hoffe ich. Weg mit dir. Und die Pistole lasse ich auch liegen. So. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. So ein bisschen. Ja, das wird gehen. So, dann ist die Episode hier zu Ende. Ich spendiere euch jetzt noch einen Schweinsgalopp, so sehr Merit halt gerade galoppieren kann, zurück nach Sierso, wo ich dann den ganzen Krempel verkaufe beziehungsweise die Nahrungsmittel einlagere. und dann geht's mit Merit in Sierso mit einer nächsten Tour und Planung weiter am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. B Greens dontweiler Tipps habe ich mich geholfen, bis zum nächsten Mal… Bis zum nächsten Mal. encia thyroid, . Dann fait关co undBa Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.